Mein Name ist Samuel Hab, ich bin hier bei der TECO im letzten Jahr von der Ausbildung als Diplomierter Informatiker, Fachrichtung Applikationsentwicklung, HF und schliesse dieses Jahr ab. Die Ausbildung nützt mir insofern, dass ich am Schluss ein Diplom habe und das von vielen Arbeitsgebern gefragt wird als Applikationsentwickler. Also ich bin in meinem Job ein bisschen Produktentwicklung unterwegs und dort wird das Projekt wirklich von A bis Z geplant, umgesetzt und am Schluss zum Kunden abgeben. Das TECO hat mir vor allem dort geholfen im zweiten und dritten Jahr gewisse Konzepte einfach in die Theorie zu bringen. Je nach Fach gibt es nicht nur Prüfungen, sondern auch Praxisarbeiten, die die Ausbildung hier bei der TECO sehr praxisnah machen. Man braucht sicher mal Zeit, um das Studium erfolgreich abzuschliessen, aber auch eine hohe Eigeninitiative. Man muss die Motivation mitbringen, um wirklich den Beruf zu erlernen, den man studiert. Wir haben eine sehr kleine Klasse. Das hat mir sehr zugesagt, weil die Dozenten haben Zeit für einen, wenn man Fragen hat. Und ja, da habe ich recht cool gefunden. Und die Klasse hatte eigentlich auch einen sehr guten Zusammenhalt und wir sind so gemeinsam vorwärts gekommen.